Ja, ziemlich seltener Anblick. Für mich geht es heute ins Feldrevier. Der Raps blüht in seiner vollen Farbpracht, der Mais ist gesät und dementsprechend sind auch die Wildschweine wieder am Start. Das heißt, es geht raus zur Wildschadensabwehr. Dem widmen wir uns allerdings erst morgen früh. Heute Abend geht es nämlich raus auf Rehwild. Hier wird noch ganz klassisch selektiert. Ich soll entweder einen schwachen Jährling schießen oder einen alten Bock. Ich denke, ich werde mich eher auf die schwachen Jährlinge konzentrieren. Wenn es passt, vielleicht auch ein Schmalrehe. Und dann geht es morgen früh raus auf Sauen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt geht es erstmal raus auf Rehwild. Ich muss nur gucken, weil hier kann auch schon Rehwild in dem hohen Gras drin liegen. Deswegen schaue ich jetzt schon mal mit Wärmebild. Immer mal wieder, ob ich da was erkennen kann. Aktuell kann ich noch nichts sehen. Aber das heißt nicht unbedingt was, weil ich hier deutlich niedriger bin und es jetzt berghoch geht. Da kann man das nicht so gut erkennen. Also jetzt heißt es vorsichtig hochbierschen und Kanzel beziehen. Das Stück Rehwild, ich kann es noch nicht ansprechen, steht genau unter der Kanzel. Und hat mich natürlich mitgekriegt. Jetzt springt es gerade ab. Nach oben weg. Jetzt steht die Sonne schon relativ tief. Und ja, das war ja im Anblick bei bestem Licht. Für mich hat es sich jetzt schon gelohnt eigentlich. Wenn ich hier Karlsruhe war, ich bin mir auch gleich süß, ACEBIG-ZIEG. Untertitelung. BR 2018 Hier sind zwei Böcke aus dem Raps ausgetreten, gegenüber. Bestimmt 400-500 Meter entfernt, also von hier absolut nichts zu machen. Der eine davon, der ist ganz schwach, der würde passen. Das Problem ist, es wird langsam dunkel und ich glaube nicht, dass die noch hier rüberziehen werden. Das Problem ist, es wird langsam dunkel und ich glaube nicht, dass die noch hier rüberziehen. Da hinten steht der Bock. Aber zwischen mir und ihm ist jetzt nur noch Freifläche und von hier ist es noch zu weit zum Schießen. Ich warte jetzt mal hier, aber ich befürchte, das wird hier nichts mehr. Das Problem ist, es wird hier nichts mehr. Das Problem ist, es wird hier nichts mehr. Das Problem ist, es wird hier nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020